Was das bedeutet, wissen nicht einmal die gelehrten Herren und Frauen Doktores. Dieser Titel ist tatsächlich nicht übersetzt worden. Man nimmt an, dass es vorbeihornndes Latein, vielleicht aber auch ganz altes Französisch ist. Wir wissen nicht genau, was der Titel bedeutet, aber es ist ein Tanzlied, gefunden in einer Liederhandschrift, in einer Tanzliederhandschrift, welche in England im Jahr 1984 aufgebracht wurde und The Gracely Dance Collection heißt. Und das ist ein Tanzlied, das ist ein Tanzlied, das ist ein Tanzlied. Musik 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 Musik